Wir laufen hier gerade zum Kanal, vollgepackt wie ein Packesel und werden jetzt versuchen den Robeswing an so eine Eisenbahnbrücke zu wichsen, also es wird ein Spaß, das wird ein richtiger Spaß. So, wir laufen jetzt hier gerade zur Brücke, wo wir den Robeswing anbringen wollen, also da oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich fühle mich wie der größte Vollidiot mit der Kamera in der Fresse, aber muss sein, es wird lustig. So, wir haben das Seil jetzt da vorne angebracht, aber das klappt leider nicht, weil es zu kurz ist. Wir wollten das nämlich unter der kompletten Brücke herziehen und dann von da rein springen, sodass wir komplett rüberschwingen können, aber jetzt ist das Ganze zu kurz. Jetzt müssen wir es neu anbringen. Geil Junge, Seil ist angebracht, wenn der Knoten nicht hält, dann weiß ich auch nicht, der sieht echt professionell aus. Und da hängt auf jeden Fall, die Strickleiter hängt da unten. Philipp ist auch da. Alles fertig, kann losgehen. So, und weil ich die Kamera habe, darf ich jetzt allein wieder runterlaufen. Du hast die Notbremse gefunden. Schade, das weh? Nein. Schade. Boah, war das geil! Boah, sah doch schön aus! Boah, war das geil! Ja! Guck mal, wie weit das fliegt, warte! Die haben diese Seide, die sehen alle so aus, als ob die meine Schwester gemacht hat, ne? Komm Junge! Nein, warte! Warte, warte, warte! Muss ich da warte! Stopp, stopp! Stopp! Warte! Willst du jetzt so reinschwingen? Okay, warte! Okay, warte! Hey, halt dich mit einer Hand, die ihr dran fällt! 3, 2, 1, los! Ja! 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 Dominic und ich versuchen jetzt an dem Rope ein Double Swing zu erinnern. gleichzeitig an diesem Ding zu machen. Hoffen wir konnten wir folgen. Haha, geil! Gerissen! Boah, was? Alter, war das schön! Wuhu! Boah! Wir haben jetzt den Spot gewechselt, sind jetzt hier. So drei Meter ungefähr ist alle hoch hier. Mache ich Bock hier runter zu jumpen? Ich dachte, ich bin rein. Hahaha! Oh Gott! Was? Ja, wir sind jetzt hier fertig oder was? Wir brauchen einen Untergang da hinten, Kanal, Ende. So Freunde, das war's mit der Kanal-Session von heute. Wir packen gerade unsere Sachen. Und jetzt ab. Was geschieht hier? Das ist ein gutes Auto. Tschüss Freunde.